Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur ersten Ausgabe des G&S TV, einem neuen Informationsangebot des G&S Verlages. Gewalt ist ein Thema, mit dem sich Juristen in den ersten Semestern ihres Studiums auseinandersetzen. Sie lernen, dass die verschiedenen Ausprägungen der Körperverletzungs- und Tötungsdelikte vorsätzlich und fahrlässig begangen werden können und dass eine nicht nur unerhebliche Beeinträchtigung des körperlichen Wohls oder der Tod eines Menschen auch des bloßes Nichtstun durch Unterlassen herbeigeführt werden können. Tatsächlich bedeutet Gewalt jedoch viel mehr. Macht und Ohnmacht, Beschimpfungen, Beleidigungen, Erniedrigungen oder Ausgrenzungen, allesamt Begrifflichkeiten, die mit dem besonderen Vertrauensverhältnis in Medizin und Pflege nichts gemein haben. Der diesjährige Jura Health Kongress fand am 24. Mai erstmals in den Kölner Sartori-Sälen statt. Das Thema Gewalt in Medizin und Pflege. Knapp 300 Teilnehmer und zahlreiche Aussteller aus Pflege, Medizin und Rechtswissenschaft trafen sich zum Meinungsaustausch. Veranstalter Prof. Dr. Volker Großkopf und Vera Lux, Pflegedirektorin der Uniklinik Köln, erhielten prominente Unterstützung aus den Reihen der Politik. Gesundheitsministerin Barbara Steffens wandte sich in ihrem Grußwort unter anderem der besonderen Situation in den Psychiatrien des Landes Nordrhein-Westfalens zu. Das Gesetz zur Abschaffung der Videoüberwachung verlangt die Einrichtung einer Sitzwache bei fixierten Patienten. Eine Maßnahme, die die Psychiatrien vor enorme Personalprobleme stellt. Dennoch erachtete die Ministerin die Maßnahme für unerlässlich. Im weiteren Kongressverlauf diskutierten Praktiker aus Kliniken, Alten- und Pflegeeinrichtungen mit Richtern und Rechtsanwälten, warum es zu Gewaltexzessen kommen kann. Gemeinsam loteten sie präventive Strategien und Handlungsoptionen auf eine Gewaltsituation aus. Nicht ausgeblendet wurde dabei, dass aggressive Übergriffe keine Einwandstraße sind. Die Mehrzahl der Fälle betrifft Übergriffe der Patienten gegenüber dem Personal. Auch mit diesem Tabu muss gebrochen werden, so die einhändige Meinung aller Besucher des Your Health Kongresses. Am Ende schauten die Teilnehmer auf eine rundum gelungene Veranstaltung zurück.